Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Circus Immolato 2013. Wir fangen wieder mal ein neues Spiel an. Wir sind im Karriere Modus. Ja, wir sind jetzt eigentlich super vorbereitet. Wir sind durch dieses super Tutorial sich zu verschulden, also wir wissen jetzt wie es lang geht. Wir wissen auch, dass man überhaupt laufen kann. Haben wir auch so gemacht, dass man laufen kann. Unglaublich. Wir starten auch wieder mit 5.000, das ist eigentlich quasi genau das gleiche wie vorhin. Wir können ja jetzt erstmal einen für eine Woche mieten, oder? Also da unten kannst du mit dem Schiebilleregler sagen, wie lange du die mieten willst, glaube ich. Das geht aber nicht wen hier. So 10.000 Minuten. Da oben ist eine Woche, glaube ich. Ich glaube, du kannst da rechts mal aufdrücken, ganz rechts auf den Stern. Ach, das sind seine Shows. Ach, und dann kannst du speziell eine Darbietung wählen. Da haben sich ja Mühe gegeben, ne? Einfach ein paar Bilder, und das hat bestimmt überhaupt keinen Defekt. So. So, das ist quasi einfach nur die... Wir nehmen erstmal hier wieder oller Gustav hier, den Robatester. Und nehmen den, ne? So, vermietet für 10 Tage. An uns jetzt, oder? Dann nehmen wir auch noch eine zweite, ne? Irgendeine schöne Schuhe. Na mal mit mehr Sternen, oder? Die weiße Schönheit. Sie ist an Marvello schon ein bestimmter Konkurrent. Hier, wir sind hier im Gear. Magnifique. Die kriegen wir noch hier, Claire. Mit allen Sternen, super. Aber okay, klar. Dann müssen wir die gleich in die Shows noch einbauen. Ach stimmt. So, ähm... Die kannst du zerstetzen. Also völlige Anstrengung brauchen wir nie. Sonst wissen die gar nichts. Achso, und dann auf den Daumen muss man noch einen Daumen drücken, oder? Ja. Was hast du? Flicken wir auf. Ach, wieder wegnehmen, ne? Achso, die Nummer. Welche Nummer, die in der Vorstellung sind. Achso. Der Zuckusdirektor muss wahrscheinlich anfangen. Das ist mehr oder weniger. So, und nehmen wir jetzt erstmal einen links auf, ne? Na, du kannst doch erstmal einen kleinen Laden kaufen. Ja, richtig, ähm. Die Wurfbude war ein ziemlicher Bringer. Hier vorne? Ne, die andere. Die kostet 5.000. Achso, hast du jetzt überhaupt ein Darlehen aufgenommen? Nein, habe ich nicht. Achso. Dann macht die vorne die Tüten und Dosen, ne? Was ist das denn, scheiß Nahrung? Dann noch ein bisschen Werbung schalten, dann zeigt... Oder, äh, wir nehmen erstmal... Wir können das so machen, wie die Toll vorgesehen. Also wir nehmen uns jetzt ein Darlehen auf. Weißt du, das bringt was? Annehmen. Wurken wir es auch zu spät. Jetzt hast du nochmal draufklicken, weil jetzt ist es nicht mehr. Das Geld ist jedenfalls jetzt gerade nicht da. Achso, oh. Ja, das ist alles so intuitiv hier super gemacht. So, annehmen. Da ist es jetzt, ja. Da ist das Geld jedenfalls. Ja. So, fertig, ja. 12.000. Dann kaufen wir jetzt erstmal die Wurfbude. Und ein paar neue Attraktionen, oder? Und, äh, noch die bringen mehr. Und, äh, dieses Souvenirladen. So eigentlich wie vorgesehen war, oder ist. Ja, den können wir uns das nicht leisten. Das kommt da vorne und hinten nicht hin. Was ist das für eine Rotze? Das hätten wir auch gesagt mit dem Souvenirladen, oder? Ja. Ja, nimm. Schießbude? Ja. Oh, geht's aber. Könnt ihr doch schießen? Das wäre halt, weil es so ein kleines Gimmick könnte man doch damit reinbauen, aber. So, guck mal, ob wir auch die Einnahmen haben. Ja, natürlich nicht. Ja, mach noch Werbung ein bisschen, und dann, denke ich. Äh, wo war das hier? Das, erstmal musst du das zumachen, natürlich. Ja, genau das, was du gerade wieder aufgemacht hast. Da war die Werbung. Die Zeitung. Wozu Vorauswerbung, mach ruhig täglich, oder so. Na ja, das weiß man. Kleine Werbung. Ja. So. Genau. Hm. Das könnte man ja irgendwie mal wenigstens Sicht haben, dass man... Oh, die Lukas können wir noch kaufen. Ja. Wir sind eh noch eine Weile hier in der Stadt. Ja, also, ja. Gucken wir, wie die Leute auch die Lukas spielen. Genau, das wäre doch mal eine Übersicht cool, wie viele Leute irgendwie da. Waren noch ein paar Berichte? Und jetzt gerade sind hier, glaube ich, vier Leute mit... Ja, die sind ja immer da, für deinen Stand. Ich glaube, die stehen da Tag und Nacht. Ach, ich glaube, die sind, äh, ach so, die sind die... Von mir angestellt. Nee, ich glaube, das sind... Die könnten die Schwester sein. NPCs einfach. Uns echt die Mühe geben, wenigstens noch die T-Shirt-Farbe zu öffnen. Ja. Das ist wirklich... Geh mal rein in den Zirkus und dann... Wunderschön. Also, ich finde das Spiel... echt immer so schlimm, dass es gar keinen Spaß macht. Also, es gibt das Spiele, die sind schlecht und machen Spaß. Dann ist hier Superman zum Beispiel. Oder Shark Fu. Aber... So eine Spiele hier... Irgendwann einfach durch... Den kleinen Pfosten, da konntest du nicht durch, war aber hier... Ja, lass uns mal die paar Berichte da unten durchklicken, ob wir irgendwie noch was... So, also... Ja, das... Brauchen wir nicht. Also, wir können uns noch eine neue Tante holen. Guck mal hier in die Kosten. Ach, sie ist ja... Ja, lass mal unten gucken, ob die überhaupt verliebt sind. So, aktuell nicht verfügbar. Warum ist das für eine Info, ne? Ist der krank oder so? Ja, zwischen uns. Weißt das könnte man... Oder... Oder der ist weggeflogen. So. Dafür reicht das ganz Geld nicht. Ist nicht viel Auswahl. Völlig verfügbar, aktuell nicht verfügbar. Hier. Das Auge des Todes können wir noch. Ja, ne? Ja. Einfach mieten. Dann noch rein in die Show bauen. So. So. Warum sieht man nichts, wie... Na ja, guck mal weiter rechts die Berichte an. Hier, ne? Karten verkauft heute haben wir 100. Okay. Wir sind auch erst am ersten Tag, ne? Da unten. Rechts weiter. Sollen wir vorspulen? Ja, ist jetzt die Frage, ob man muss man dann für den nächsten Tag dann noch... Oh, Showtime! So weit sind wir noch nie gekommen. Das war's. Das war die Info. Oh, jetzt geht's schnell. Die anderen bestimmt nicht. Oder Zirkus. Die liefern ja alle ne Tonne Weiß. Oho. Super. Dass wirklich da sieben Menschen kommen, hätte ich mir gedacht. Also mit dem läuft's. Großartige Vorstellungen da eigentlich. Warum da überall sind verletzte Künstler? Ja, super. Hier sehe ich schon. Karten verkauft für diese Vorstellung 100. Ja, stand der da. Okay. Jetzt ist die Frage. Klicken wir nochmal auf den Vorstellungsplan. Müssen wir die jetzt nochmal einplanen, dass sie eine Vorstellung machen? Ne, weil die sind jetzt automatisch drin, oder? Müssen wir morgen mal gucken nochmal. Gesundheit ist natürlich niedriger geworden, aber sonst ist ja eigentlich egal. Weil die hält bestimmt 10 Tage. 10 Tage sollen wir schon durchhalten. So. Dann kommst du nochmal auf den Finanzbericht kurz. Quatsch, müssen wir ja. Ja, da machst du gerade. Da war richtig viel. 500 haben wir Geld gemacht. Na ja, ist doch schon mal etwas. So. Ich spreche mal. Die Karriere ist ja ziemlich viel laut. Die läuft ja Bombe. Den Darlehensbericht, ob wir vielleicht ins Plus kommen irgendwie, vorausschaubar. Ne. Ne, gar nicht. Wir sind fett im Minus. Möchten nicht die Ausgaben 23.000. 24.000. Für was, Alter? Für was? Fürs Darlehen, oder? Für was, Alter? Es waren nur 10. Es ist übrigens das Wooper-Darlehen gewesen. Wir haben es einfach nicht durchgelesen. Unglaublich. Also. Aber wir haben jetzt schon mal ein bisschen mehr Bekanntschaft. Du kannst ja bis zum nächsten Tag vorspulen. So, es ist abends eigentlich 22 Uhr so in der Hölle. Jetzt ist Dienstag. Können wir nochmal auf den Veranstaltungsplan kurz drücken? Oh. Ja, da liegt Mühe rum. So, du hast Office-Summit? Wirklich? Ich hab Office-Summit. Klick mal auf da oben. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Warum? Also ja, warum? Kannst du jetzt da noch die Dinger hier reparieren? Was für Dinger denn? Die Bude. Hier, die Täusse. Das ist ja völlig abgefahren. Atem bezahlen. Hast du das hier immer mal krachen, oder was? Das ist doch okay, also. So, ich mach jetzt mal meinen Zucko sauber. Vielleicht kann man noch die Scheiße wegsammeln vom Elefanten. Wir haben noch nicht mal einen Elefanten. Wir haben noch nicht mal einen Elefanten. Also ja. Kannst du da ganz kurz noch auf den Vorstellungsplan klicken, ob der... Was ist denn das hier? Ah, wo ist denn der? Der hat das Zweite für links. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Geld. Ja, die sind automatisch gebucht, ja? Okay. Okay. Nee, das ist auch nicht. Er wusste nicht, der... Er wusste nicht, der... Was suchst du denn? Na, den Plan. Der war der dritte... Button. Was ist das denn eigentlich? Mit Shows. Elefanten. Ah, sonst kannst du den Elefanten kaufen. Also der dritte war der Busplan. Quasi, wo wir hinfahren. Stimmt. Wir bleiben erstmal in Kingston. Ja. Wir können die zweite Woche dann irgendwann mal planen. Aber jetzt ist er erst Dienstag. Moment. Mensch, ey. Diese... Frei? Kannst du wahrscheinlich erst am Ende der Woche auf? Hä? Also, das Spiel ist durchdacht und... Wollen wir mal ein bisschen mehr Werbung schalten, dass ein paar mehr Leute kommen? Wie eng das hier alles ist? Also... Da können wir gerne machen, ja. Weißt du ja nicht, ob denn der Pariser Zukunft ist ein bisschen mehr? Ja. 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 So... Können wir hier noch kostenlose Kinder? Ja. Ja? Ja. Natürlich. So... Schick. So, mal gucken, was wir Schauteilen nennen, wa? Ja. 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 Hi. Eigentlich muss ich halt einfach mal runterstellen. Eine diese hier... Oh nein, ey. Die Pferdeanimation war schon heftig. Eine adäquate Maus. Ja. Verschläge. der hatte auch den sterne hat das ist immer noch verlangt das ist der künstler wieder null okay so jetzt haben wir 141 taten verkauft also machen karriere ist ja auf den insgesamt finanzplan auch immer noch 20.000 diese machen der ganz links ganz links also der von den rechten vierer block der linke hat nur noch minus 2000 ist ja schon mal wie viel müll gibt es da kann man nicht mehr ausleister einstellen diese bei sim park war das alles viel angenehmer das ist der sound das ist auch es geht auch kein sound ich würde die kohle aufheben die steuern und alles da war es gewesen knicker knacker so was machen wir mit dem geld wollen wir es um die händler zu machen ja so noch eine neue attraktion kaufen oder das ist ein bisschen teuer ich meine eine neue vorstellung ach so ja klar es lockt ja ganz viele leute an doch oder wie so eine vierte vorstellung wäre jetzt glaube ich eine bombe ja so ach ja Mensch ey das ist ja gar nicht durch hier kann man da nicht einfach dann anzeigen lassen weißt du das das ist das gleiche eigentlich einen Messerschuh brauchen wir nicht ne da brauchen wir auch einen käfig dafür deswegen sind die nicht verfügbar glaube ich ach so so einen Scheiß könnte man einfach mal hinschreiben Brandy und ihr Reifen Brandy und ihr Reifen und dann brauchen wir ja Fifi aber jetzt kommt glaube ich erstmal Brandy und ihr Reifen Brandy ist dran für 1000 Euro ist ja ganz schön toll dann gib ihnen mal noch einen schönen Showslot Finale also Anstrengung ein bisschen runtergehen mit der Anstrengung oder was sch guck mal wie gesundheit ja die Erfahrung wird auch besser ne guck mal die Erfahrung wird auch besser ja super wenn die mittig sind dann können wir ein bisschen runtergehen mit der Anstrengung so eine Anstrengung hier der hat der der war ein bisschen scheiße der hätte ein bisschen verkackt vergrießt ich bin ja ja Fifi hier achso ich gebe ihnen mal noch eine Finale Slot hat sie den Finale Slot ja Nummer 4 ja das hätte man so schön in irgendeiner Tabelle oder so weißt du mit Schiebe hin und her machen können so ist Mittwoch mein Zirkus ist schon wieder dreckig was soll das ey das ist ja immer wieder gleich dreckig aber man läuft immer die gleichen Scheiße ab brauchst du ja nicht alles einsammeln doch ich würde einen sauren Zirkus haben meinst du das steigert die Zufriedenheit deiner Zuschauer doch denke schon obwohl das eigentlich egal ist so wir haben nichts zu tun dank Showtime ja wir haben irgendwie nichts zu tun in diesem Spiel ja der jetzt aber eine adäquate Leistung für dich so ja ich bin gespannt was Fifi macht oh oh das ist wirklich oh warte das ist der Ringmeister was würdest du mal sagen der Ringmeister ja meinst du das auch selten das ist einfach unglaublich was Claire auch immer abliefert also Harry wieso Harry Potter Harry Potter ja äh sorry Herr der Ring hier gestorben ist er wirklich hier 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 nee ist verletzt nee was das denn ich werde ja weil bringt ja jetzt die Wertschätzung verstehe du noch nicht wie war der Satz zeigen wir das machen nun tun machen machen wir das nun machen wir das nun ne wirklich nun machen wir das jetzt klingt schon eher an an dem Spiel so So, die Finanzberichte sofort immer Kassenstoß machen. Kartenpreis kannst du ja ein bisschen hoch zerschätzen. Oh, jetzt minus 3000. Jetzt ist das richtig scheiße unterwegs. 7? Ja, ist okay. Achso, du kannst Kinder kostenlos wieder rausnehmen vielleicht. Wissen, man kann ja irgendwie mal anzeigen, den Bekanntheitsgrad oder irgendwas. Wo ist denn die Radiowerbung? Oh, ich weiß nicht, ob ich den komme, muss ich einfach speichern. Radiowerbung war, glaube ich, der rechte Werbung, ja. Mach mal, Kinder müssen jetzt wirklich völlig bezahlen. 25% Rabatt, ey. Nö, volle Pulle jetzt. Die müssen jetzt einen Dritt bezahlen. Ist das irgendwie ein Bekanntheitsgrad? Oder sieht man denn nur an den Tickets? Also, wir sind jetzt schon mehr geworden, ne? Bei der ersten Vorstellung waren es 100. Wie viele waren es jetzt? 121. Also, wahrscheinlich ist die Wertschätzung einfach die Zuschauerzahl, oder was? Ich kann sie nicht sagen, ich sehe hier überhaupt nicht durch. Der Zirkus, ich... Also, wie so ein Zirkus irgendwie in meiner Stadt sehen würde ich... Also, Geld kommt auf jeden Fall auch durch die Buben rein, so ein bisschen. Popcorn? Guck mal, unten rechts. Zahl steigt. Also. Also, viel Dreck ist jetzt auch nicht mehr so unterschiedlich, weil... Ich muss noch mal die Vorstellung sehen. Die gefällt mir wirklich gut. Schaut es wirklich, ein Clown. Ist ein Clown. Brauch mal. Da hat's ja Platz gemacht. Immer. Robert. Ist ja keine Frage irgendwie. Alter, wenn er jetzt 20 Mal macht, hast du, geht dir jetzt so viel Sack. Du hast echt eine Manege erreicht jetzt. Ich möchte mal sehen, wie der Hund eine tolle... Weißt du. Was macht ihr denn? Viel cooler ist die Animation. So. Die Animation, ey. Es sind noch mehr Leute. Guck mal, wie freudig waren. Wie sie... Hast du das gesehen? Das Mädchen war einfach nur eine kleine gezogene Frau. Sie war genau die gleiche. Das ist immer unglaublich. Da. 23, so. Das ist doch eine gute... Es sind jetzt... Ne? Mehr Leute auf jeden Fall. Gute Besucher. Ich glaube, wir machen noch eine Pause nach dieser Vorführung. Speichern wir auf jeden Fall kurz ab und dann... Ja. Auf jeden Fall. Ne, Quatsch. Ganz recht. Die Zeichen sind so klein, ich bin so... Unintuitiv. Ne, wirklich. Also wer so eine Rotze rausbringt. Okay, also wir machen erstmal Pause. Wir sehen uns dann bei der nächsten Vorstellung im nächsten Part. Tschau, Tschau! Tschau!